Wie haben Sie denn dieses Mal den Kanal heraus erlebt? Es war alles ja brockevoll. Ja, das Echo war wirklich überwältigend. Fast 200 Einsendungen, das zeigt, dass die Zeitung eigentlich nicht da ist. Wenn so viele Leute sich begeistern und sich hinsetzen und Zeitung für Schüler machen. Und noch dazu wirklich in einer erstklassigen Qualität mit den großen Informationsgeräten Einfach ein Reich mit jemischem Fußball und optisch entspricht es gar nicht. Da ist man um die Zukunft der Zeitung nicht mehr.